KSP Kranken- und Seniorenpflege in Schorndorf. 110 Mitarbeiter kümmern sich hier in der mobilen Pflege, aber auch im Domizil im Schorndorfer Krankenhaus gelegen mit 47 stationären Pflegeplätzen um das Wohl der Patienten. Die besonderen Werte sind wohl das, was KSP auszeichnet. Die Unternehmenskultur definiert die nötige Einstellung und das dazugehörige Verhalten, um die Vision von Pflege Realität werden zu lassen. Mobil werden ständig 150 bis 200 Haushalte pro Tag angefahren. Das motivierte Team hat dabei das Herz an der richtigen Stelle. Im Domizil erkennt man schnell, dass das Leben hier geprägt ist von viel Farbe, Lebensfreude und ebenfalls einem hochmotivierten Team. In den mit einem Design-Award ausgezeichneten Räumlichkeiten sorgen sogar einige Vierbeiner, Fische und Vögel für Abwechslung zur Freude der Bewohner. Mit einer Fachkraftquote von 80 Prozent arbeiten die Mitarbeiter auf höchstem Niveau und haben stets die Werte des Unternehmens vor Augen. KSP in Schorndorf. Kranken- und Seniorenpflege der etwas anderen Art. Einfach wertvoll. KSP IN LICHER QRRhin KSP KSP